Dieser Ford Transit ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Transporter ist 5 Thürich, bietet Platz für 9 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Startstop-Automatik, Bordcomputer und noch vieles mehr. Der sparsame Diesel hat eine Leistung von 101 PS und wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 25.869 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Gäste Bester Preis Bester Preis Bester Ronald Bester Bis zum nächsten Mal.